Ja, Timo, Ralf hier, grüß dich mein Lieber. Sag mal, ich bin hier gerade beim Grill. Hast du noch so ein paar richtig coole Tipps für mich, dass meine Grillparty auch richtig perfekt wird? Ach, Mensch Ralf, ich hab dir doch schon so viel beigebracht. Aber wenn du immer noch Inspiration brauchst, schau doch mal bei Lidl auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt's jede Woche von mir leckere vegane Rezepte, da ist für jeden was dabei. Alles klar, danke Timo. Auf dich ist immer Verlass.